Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Wir sind hier heute in St. Louis, einer neuen Hotelanlage in der Nähe des Knottenkino in Föhrern, oberhalb von Hafling, mitten im Wald, ein Refugium der Ruhe und der Gelassenheit. Und hier entspannt Stefan Siegel, mein heutiger Gast. Er ist aus Meran und stellt sich jetzt erst mal selber vor. Grüß, ich bin der Stefan. Ich bin ursprünglich in Meran geboren, lebe ja mittlerweile zwischen Los Angeles und London und besitze eine Firma, die Not Just a Label heißt und im Kreativsektor tätig ist. Er ist dabei, die Modewelt auf den Kopf zu stellen. Er jettet von einem Vortrag über Start-up-Unternehmen zum anderen. Sein Lebensmittelpunkt ist London. Vor kurzem hat er in Los Angeles ein Büro eröffnet. Der Meraner Stefan Siegel, Jahrgang 1978, hat als Model in der Modebranche angefangen. Mit seinem Online-Portal Not Just a Label vernetzt er Kreative und Designer weltweit. Der Hauptsitz von Not Just a Label sieht aus wie ein modernes Büro in einem angesagten Stadtteil Londons. Hier laufen die Fäden zusammen. Von hier aus versuchen Stefan und sein Team, die Modewelt zu revolutionieren. Wenn er nicht arbeitet, frönt er seinem Lieblingshobby, Freeski. Wie hier in Island. Zusammen mit Freunden. In Südtirol schaut er regelmäßig bei seinem besten Kumpel Alex vorbei. Dieser betreibt mit seiner Familie die Ruhe-Oase St. Louis zwischen Hafling und Föhrern. Für Stefan ein ganz besonderer Ort. Ich bin der Alex, einer meiner besten Freunde aus Meran. Wir sind alles durchgegangen, von Schule bis Tennisverein, Klettern, Snowboarden. Und jetzt bin ich dabei bei seinem Hotelprojekt in Hafling. Und ich glaube, das ist der einzige Ort in Südtirol, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Und deswegen bin ich oft und gern bei dir da. Stefan, herzlich willkommen bei Privat. Schön, dass du da bist. In Meran aufgewachsen, haben wir schon gehört, als Hoteliers Sohn. Aber Siegel ist jetzt kein typischer Südtiroler Nachname. Dein Vater ist in Amerika aufgewachsen, deine Mutter ist Südtirolerin. Wie passt das zusammen? Genau. Also ich glaube, dass sich da verschiedene Menschen getroffen haben in Meran. Und ja, da bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, mit der gleichen Weltoffenheit. Das heißt, du fühlst dich als Südtiroler, bist in der ganzen Welt unterwegs. Beruflich, auch privat. Aber Südtiroler ist das, was du sagst, das bin ich und da bin ich daheim. Denn Südtirol ist meine Heimat. Ja, ich glaube, dass ich sicher glücklich war, dass ich da in Südtirol aufgewachsen bin. Und sicher auch in einer interessanten Zeit. Also wenn ich so vergleiche, wie Kinder heutzutage aufwachsen, ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ja, dass wir ja damals noch die Berge und die Natur erleben haben können, das ist sicher ein Vorteil. Das prägt einen dann auch. Stefan, du hast dich schon früh für das Fliegen und die Schifffahrt interessiert, eine Leidenschaft. War das auch der Grund, dass du gesagt hast, mit 16 gehe ich nach Venedig zur Scuola Militare Navale Morosini. Da kommt ja nicht jeder hin, oder? Erzähl einmal, wie war das? Ja, also von klein auf, ich glaube, auf der einen Seite habe ich so einen Charakterstärke, dass ich immer wieder neue Sachen versuchen will und mir wird schnell langweilig. Auf der anderen Seite habe ich das Glück gehabt, dass mein Vater den Pilotenschein hat. Und da saß ich halt als kleines Kind schon hinter dem Flugzeug und von dem her hat es sicher mich geprägt. Und da habe ich mich entschieden, ich würde gerne Luftwaffenpilot werden. Und der Weg dahin ist eben eine riesige Selektion, die eben schon in der Jugend beginnt. Das heißt, es gibt zwei Schulen in Italien, die vom Militär geführt sind. Eine in Venedig, eine in Neapel. Und dann habe ich mich entschieden, meine Teenager-Jahre anders zu verbringen. Also da ist dann nichts mit Freundin und Zigarette, sondern da geht es dann um Amerikas Cup, Pilotenschein machen und hartes Training. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, man muss Prioritäten setzen. Das war also mit 16, um 6 Uhr in der Früh aufstehen und Strafrunden rund um den Hauptplatz auf dieser Insel, die direkt in Venedig liegt. Aber dafür das Glück haben, dass man halt, wir haben 30 Segelboote vor der Nase gehabt, den Fußballplatz, Pilotenschein, Fallschirmsprungschein. Und im Sommer, anstatt Sommerferien, waren wir natürlich auf den Schiffen der Marine. Und so habe ich halt auch angefangen, die Welt zu entdecken. Aber irgendwie hat dich dieses militärische Leben oder die Karriere dann doch nicht interessiert? Weil die meisten, die diese Schulen besuchen, machen ja Karriere beim Militär, oder nicht? Ja, also das war sicher der Sinn der Schule vor 100 Jahren. Und jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, dass dann viele, wenn sie nach drei Jahren so intensives Militärleben diese Welt von innen kennengelernt haben. Da habe ich dann, ich habe mich irgendwie wieder gelustet, mit Freunden in der WG zu gründen und zu studieren. Und das war dann einfach für mich die richtige Entscheidung. In Wien war das der Fall. Du hast dann studiert und dein Vater, hast du mir erzählt, hat von Anfang an gesagt, schau, wenn du studierst, dann musst du nebenher ein bisschen arbeiten. Das ist wichtig, oder? Ja, genau. Also ich glaube, der Vorteil beim Studium ist, dass man nicht nur studiert, sondern was anderes auch macht. Und ich kann mich erinnern, nach einer Woche in Wien habe ich mir an einem Samstagnachmittag einen Job gesucht. Und das war dann einfach in einem Herrenladen. Und ich glaube, das war so der erste richtige Kontaktpunkt mit der Mode auch. Das heißt, da hast du praktisch Anzüge verkauft oder halt warst du Verkäufer in einem Geschäft. Und plötzlich kam jemand herein und hat gesagt, du magst nicht in einem Videoclip oder einem Werbespot als Schauspieler mitspielen, oder? Ja, genau. Das war ein Musikvideo, das in Wien gedreht worden ist. Und da haben sie noch einige Schauspieler gebraucht, oder Models in dem Fall. Und so hat dann diese Karriere begonnen. Was war das für ein Dreh? Das war damals eine ziemlich bekannte Band, die hat Enigma geheißen. Das war so eine New Age Electronic Band aus Deutschland. Und das Lied war dann trotzdem, war glaube ich, ein riesiger Erfolg. Und da bist du praktisch als einer von ein paar Models aufgetreten oder hast du eine Rolle gehabt? Nein, also das war einfach einer von vielen. Ich glaube, wir waren zu fünft und das war zum ersten Mal eben vor der Kamera stehen. Und da habe ich in diese Welt hineingeschnuppert. Und dann kam diese Modelkarriere. Weil du hast ja ein paar Jahre lang gemodelt, bist in der ganzen Welt unterwegs gewesen für bekannte Marken. Warum war das so der auslösende Moment für die Modebranche? Ich nehme an, ja, oder? Nein, ich glaube, für mich war es immer der Kitzel, was Neues zu machen. Und das war einfach, wenn man 20 ist und jemand sagt, willst du nach Singapur fliegen, um dort bei der Calvin Klein Show mitzumachen? Und dann sagt man einfach, ja. Und ich glaube, das war einfach ein Abenteuer, auf das ich mich eingelassen habe. Das Studium hat mich, wie sagt man, ich würde sagen, das hat mich nicht ausgelastet. Und für das war das einfach eine perfekte Balance. Und ich habe das dann für drei Jahre eigentlich hauptberuflich gemacht und mir dadurch das Studium finanziert. Und ja, das waren einfach, glaube ich, noch bessere Zeiten auch für diese Industrie. Aber so der typische Modeltyp warst du damals nicht unbedingt. Oder war das genau die Zeit, wo sich das alles verändert hat? Ja, das war auf jeden Fall, da hieß es auf einmal, the baby face is in. Oder das waren sehr androgyne Typen. Und weil durch die ganzen 90er hat man eigentlich ein Madam Model vor sich gehabt, das eher einem Bodybuilder geähnelt hat. Und dann ist es komplett in die andere Richtung gegangen. Und das war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine Party nach der anderen und Shooting und überall schöne Leute? Und ja, ein Leben frei von allen Zwängen und Einschränkungen? Na, it. Ja, also ich habe sicher einen Spaß gehabt und ich habe viele Leute kennengelernt, die jetzt noch mit mir in Kontakt sind. Also von dem her, ich glaube, so jung die Möglichkeit zu haben, auf vier Kontinenten zu arbeiten und etwas zu machen, was einem Spaß macht, die Chance kriegt nicht jeder. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt ist genug, jetzt will ich das Studium fertig machen, ich will was Gescheites lernen. Und hast dann dein Wirtschaftsstudium beendet in Wien. Genau, das ging dann ziemlich schnell. Also da habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt habe ich die Welt wieder satt. Und zugleich war ich dann, glaube ich, im fünften Jahr studieren in Wien. Und das ist dann ein bisschen über der normalen Durchschnittszeit. Und dann habe ich gesagt, okay, das Studium schließe ich jetzt innerhalb von zwei Semestern ab. Und das habe ich dann gemacht. Aber dann doch irgendwo der Mode treu geblieben, weil du hast bei Wolfgang Joop gearbeitet, dem deutschen Star-Designer. Und bist dann aber eigentlich in eine ganz andere Welt gekommen, nämlich warst Banker im Grunde, oder? Wie ist das? Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Ja, wiederum, ich glaube, so mein Drang, wie sagt man, ich bin da so typischer Sensation-Seeker. Und ich glaube, ich habe das Studium gehabt, ich habe den Master-Abschluss gehabt und habe mir gedacht, okay, die Model-Welt ist jetzt hinter mir und jetzt brauche ich was Neues. Und dann kamen eben, das war, glaube ich, auch wieder die richtige Zeit, im Banking ging es gerade bergauf. Und da kamen eigentlich, also wir wurden eigentlich schon von der Uni abgeworben. Und von dem her war das mehr so eine Entscheidung, will ich nach London, nach Zürich, wo auch immer. Und ja, und dann lustigerweise, und so verbinden sich die Sachen wieder, habe ich dann in der Schweiz einen Chef gehabt, der Profisegler war. Und da hat es einfach sofort eine Connection gegeben mit meiner Marine-Vergangenheit und dem Segeln in Venedig. Und ja, und da habe ich mich entschieden, in Zürich bei Ernst & Young zu beginnen. Und das war die erste Station danach, kam dann New York und dann London, oder? Ja, genau. Also nach Zürich habe ich dann ein Angebot von der amerikanischen Bank bekommen und mit der bin ich nach London für drei Wochen. Und dann war ich gleich auf dem Projekt in New York und dort ging es dann wieder um die Mode. Also ich war dann mit einem Team, das praktisch herausgefunden hat, in welche Jungdesigner man investieren kann. Jungdesigner war dort ein relativer Ausdruck. Das heißt, es waren trotzdem große Marken, also ganz große Marken, haben große Marken gekauft. Aber da kam dann auch langsam diese Idee, den Jüngeren zu helfen. Den Underdogs der Modebranche oder, ich meine, in New York ist man ja mittendrin im Geschäft. Dort werden die großen Verträge wahrscheinlich gemacht für diese Modeunternehmen, die ja alle im Großen und Ganzen einen Standard produzieren. Also die Geschäfte sehen auf der ganzen Welt gleich aus. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, das ist eigentlich alles ein vorgefertigtes Gerüst, in dem sich diese Branche abspielt. Absolut. Oder wie kann man das besser umschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre einfach, ich habe das halt vor acht, neun Jahren, wie ich die Idee gehabt habe, da habe ich mir eben schon gedacht, dass wir in eine Richtung, einen Trend der Individualität wieder gehen. Und das hat man damals, das waren so die Anfänge, das hat man so in der Gastronomie langsam bemerkt. Und dann im Hotelwesen und Mode kommt immer leider als letztes dran. Aber man hat gemerkt, dass man sich von der Massenproduktion abwenden will und wieder eigene Erfahrungen machen will. Und da speziell in der Mode passen eben junge Labels oder kreative Handwerker halt perfekt hinein. Und ich habe die auf der ganzen Welt durchs Modelleben kennengelernt, aber auch durch den Job, den ich da in New York gehabt habe. Und damals in der Lower East Side von Manhattan ist da gerade, es war so ein Schmelztiegel aller Kreativen. Und ich habe das eben gemerkt, dass da was richtig Interessantes gerade passiert. Und ja, da wollte ich dabei sein. Bis dann aber von New York erst mal nach London, immer noch für eine andere Bank wieder, oder? Das war die gleiche Bank. Aber die gleiche. Nach dem Projekt bin ich dann, ja, zu Ostern 2008 wieder zurück nach London gekommen. Und habe dann eigentlich schon aktiv am Businessplan gearbeitet. Also ich habe gewusst, im Banking, ich glaube, das kann ich jetzt verraten, im Banking funktioniert es so, dass man den Gehalt einmal im Jahr richtig kriegt. Und das ist der Bonus. Und den hat es damals eben noch gegeben. Und ich habe gewusst, an dem Termin kriege ich ihn. Das Geld habe ich gebraucht, um die Firma zu starten. Und dann habe ich am nächsten Tag gekündigt. Not just a label. Dein Bruder spielt auch eine Rolle bei dem Ganzen. Erzähle mal, wie das alles angefangen hat. Also du hast einen Businessplan geschrieben. Du wolltest jungen Designern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und ich glaube, du wolltest auch, aber bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, diese Modewelt, die du ja erkanntest, ein bisschen verändern, revolutionieren. Ja, genau. Also ich habe die Modewelt natürlich durch verschiedene Sparten kennengelernt. Und habe halt gemerkt, wie statisch und unverändert das ganze Projekt eigentlich läuft seit mittlerweile vier, fünf Jahrzehnten. Und da habe ich eben gemerkt, und wir haben damals für die Gucci Group Alexander McQueen gekauft. Und habe dann eben gemerkt, dass dieser Alexander McQueen 95 von der Schule gegangen ist und eigentlich für fünf Jahre runtergetaucht ist, weil er einfach kein Geld gehabt hat. Und irgendwann ist er als Chefdesigner bei Givenchy wieder aufgetreten. Und ich habe gemerkt, durch die Zeit hat es eben damals eine Dame, die Isabella Blow gehiesen hat, ihm geholfen, mit kleinen monatlichen Beträgen sein Leben zu finanzieren. Und da habe ich halt gemerkt, mit wenig Hilfe kann man eigentlich diese Star-Designer oder diese Star-Talente früher entdecken als sonst. Und ja, und da kam das Internet natürlich ins Spiel. Damals gab es noch nicht wirklich diese Social Networks. Und mein Bruder, der damals Informatik studierte, dem habe ich da mal gefragt und habe gesagt, eigentlich müssten wir eine demokratische Plattform bilden, wo jeder Künstler weltweit, nicht nur im Mode, aber auch im Designbereich, im Handwerk sich präsentieren kann. Wir schauen uns da ein paar Bilder an, denn wir haben in London am Hauptsitz von Not Just a Label mal gedreht. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wir schauen uns die Bilder an. Da sind wir, glaube ich, in den Büroräumen. Im Großen und Ganzen stehen da Computer rum. Es sieht sehr trendig aus, da möchte man gerne arbeiten als junger Mensch, aber von Mode sieht man jetzt eigentlich nicht so viel. Ja, das ist meistens der Schock, wenn bei uns die Bewerbungsgespräche laufen und die Leute kommen hinein und bei uns hängen keine Kleider. Das heißt, wir kennen die Modewelt virtuell und das ist manchmal auch erschreckend, wie wenig man jetzt braucht, um ein Büro laufen zu lassen. Was man braucht, sind Bilder, glaube ich, oder? Genau. Marke Bilder, Emotionen und auch eine Inszenierung von Produkten oder von Design, die auffällt. Ja, das ist der Vor- und Nachteil zugleich für Jungdesigner. Das Problem ist, dass Präsentationen im Internet erfolgen, wie du gesagt, durch JPEG-Files. Mittlerweile auch durch Filme. Es gibt viel Fashion-Film, das jetzt auch gut funktioniert. Der Nachteil von dem ist, dass man einfach jetzt nicht nur das Kleid an der Stange hat, sondern man muss das auch präsentieren, wie du gesagt hast. Das heißt, das Model, das Licht, die Umgebung, die Storyline, das ist jetzt alles extrem wichtig. Auf der anderen Seite finde ich, das ist ein Riesenvorteil, weil sie durch das noch viel kreativer sein können. Das heißt, unsere bestverkaufenden Designer auf der Webseite sind meistens die, die auch noch es schaffen, diese Mitteilungen, die durch das Kleid irgendwie weitergebracht werden wollen, auch durch Bild, Video und die Auswahl an Make-up und an den Models weiterzuleiten. Und wie verdienst du dein Geld? Weil kaufen kann ich da ja nichts, oder doch? Ja, also wir haben, das ist meistens so die größte Frage, wie wir unser Geld verdienen. Ich glaube, das ist so der Teil, wo ich am stolzesten bei der Firma bin, weil wir doch irgendwie das Projekt so aufgebaut haben, dass Leute zu uns kommen. Das heißt, die Designer, die nichts zahlen müssen, um auf der Plattform zu sein. Also es entsteht extrem viel Goodwill. Und durch das kommen dann größere Marken zu uns und sagen, wir wollen mit euren Designern arbeiten. Ihr habt dann so eine Art Vertrag mit denen. Und wenn es dann zu einem Verkauf von Produkten, Ideen oder in dem Fall Dienstleistungen kommt, dann gibt es Geld. Genau. Oder praktisch erklärt, ein großes Projekt und vielleicht das größte, das wir am Anfang der Firma schon hatten, das war mit der Region Veneto und Fiera di Vicenza, wo wir ein Projekt in die WG geleitet haben. Das hilft Familienunternehmen im Norden von Italien, neue Kreativität zuzuschießen. Das heißt, wir haben den Auftrag bekommen, die 100 besten Designer aus der ganzen Welt jedes Jahr zu filtern. Die werden dann nach Vicenza geflogen und für vier, fünf Tage treffen sich diese 100 Familienunternehmen aus dem Raum Norditalien, also die Manufakturen mit den Designern. Und durch das entsteht dieser Knowledge Exchange zwischen Manufakturen und Designern. Das heißt, es gibt dann auch Städteverwalter oder, keine Ahnung, große Organisationen, die weltweit tätig sind, die zu euch kommen und sagen, können Sie uns helfen, da kreativ zu sein, da möchten wir was verändern. Das muss dann gar nicht zwangsläufig mit Mode zu tun haben? Nein, also wir arbeiten momentan an der größten Baustelle der Welt, das ist der Dubai Design District. Dort wird eine komplett neue Stadt, eine Kreativhauptstadt gebaut. Da haben wir auch am Anfang geschmunzelt, das sind immer die Riesenprojekte, die dann plötzlich in der Wüste entstehen. Aber das hat mittlerweile wirklich Fahrt angenommen, weil es leider momentan vielen Kreativen aus der ganzen Welt nicht möglich ist, nach Europa, nach Amerika zu kommen. Und dadurch gibt es jetzt einfach viel Kreativkapital in Ländern wie Afrika, im Mittleren Osten, in Russland, in der Ukraine, im ganzen Orient. Und für die will Dubai jetzt dieser Zugangsort werden. Das heißt, in ein paar Wochen entsteht die neue Dubai Fashion & Design School. Es werden Jungdesigner eingeladen, sich nach Dubai zu transferieren. Also aus politisch schwierigen Verhältnissen hat Dubai jetzt einfach diese Chance, dort eine Kreativhauptstadt neben London und New York zu werden. Das heißt, du bist auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe es eben schon mal gesagt, 70 Vorträge allein und Konferenzen hast du in einem Jahr letzt hin absolviert. Als Startup-Unternehmer wirst du da eingeladen, als Kreativmanager oder ich sage mal Transfergestalter. Was wollen die Leute von dir wissen? Gute Frage. Ich glaube, dass ich oft Sachen sage, die vielleicht andere sich nicht trauen zu sagen. Durch das, dass wir komplett unabhängig sind. Wir haben keine Investoren. Wir spielen außerhalb vom System der Mode, aber verändern das komplett. Da bin ich jetzt einfach in einer Position, wo ich gewisse Sachen anprangern kann. Und ich glaube, um das geht es jetzt einfach, dass man anfängt, die Wahrheit zu erzählen. Und das wollen die Menschen auch hören. Das merkt man von der Politik bis hin zu anderen Wirtschaftssektoren. Wollen Leute jetzt einfach klare Gespräche haben und wissen, wo es hingeht. Und diese langfristige Vision, die haben viele Leute nicht. Also man glaubt momentan, dass das Internet jetzt so ein fertiges Produkt ist. Und mit dem müssen wir uns jetzt arrangieren. Und ich glaube, dass wir erst am Anfang sind. Auf uns werden noch riesige Veränderungen zukommen. Und da habe ich halt das Glück, dass ich Teil von diesen Gesprächen bin. Wahrheit, Vorstellung, langfristige Pläne, Visionen, hast du gesagt. Wie schauen die aus bei dir? Weltweit oder für mich? Nein, für die Mode zum Beispiel. Geht der Trend immer mehr in Richtung Individualität? Abgrenzen vom Rest, also weg von den Standards. Das hatten wir eben schon mal kurz. Oder wo liegt die Zukunft? In der Authentizität, in der Individualität? Ich glaube, dass die Mode eine riesige Chance verpasst hat, eben diese Authentizität weiterzutragen. Also ich meine, die Mode ist Teil der Kunst. Also es ist eine Art, sich zu äußern und es ist wie eine Visitenkarte. Und wie man sich kleidet, so ist man. Genau. Und ich glaube, dass einfach in den letzten zehn bis fünften Jahren auf der einen Seite das Fast Fashion, also diese schnelllebige Mode, wo man... Heutzutage in Europa gibt es Statistiken, die sagen, dass wir mittlerweile Kleidung nur mehr viermal tragen, bevor wir es wegschmeißen. Da entsteht einfach... Die Konsequenzen für die Umwelt sind einfach momentan so hoch. Und ich glaube, dass jetzt langsam, langsam sickert das durch. Also da gibt es auch kein Wachstum mehr, sondern wenn, dann geht es in die falsche Richtung. Und diese Überzeugung teilen offenbar viele Menschen. Ja, also ich glaube, dass die Luxus- und die Fast Fashion-Industrie einfach da am gleichen Strang ziehen. Das heißt, immer schneller mehr Sachen kaufen, also auf Mode konsumieren. Das ist praktisch fast so eine Bulimie, dass man da shoppen geht, alles in den Sack hinein, man trägt zwei-, dreimal und dann kotzt man das alles wieder aus. Und leider landen diese Fetzen in den Regionen, die dies am wenigsten verdient haben. Und durch das glaube ich, dass jetzt diese nachhaltige Mode einfach da ist. Der Konsument weiß langsam Bescheid, und das ist jetzt auch in der Gastronomie passiert, das ist eben in der Hotellerie passiert. Und langsam kommt es jetzt in der Mode auch. Und dann natürlich gibt es... So ein bisschen back to the roots, oder? Nein? Ja, ich glaube, dass einfach das Internet langsam, langsam werden wir das Internet verwenden, für das es da ist. Also, dass unser Leben nachhaltig verbessert. Und da haben jetzt natürlich Jungdesigner die riesige Chance, dass man sagt, wenn du ein paar handgemachte Schuhe haben willst, die in Island mit einem speziellen Leder gemacht werden, dann kannst du dieses paar haben, weil du gehst auf Instagram oder was auch immer dann das Tool ist, mit dem man das macht, und man klickt Shop und du kriegst das dann. Das heißt, du überspringst die ganze Pair-Marketing-Fashion-Show-Welt und das braucht es einfach alles nicht mehr. Und momentan sieht man halt, wie verzweifelt gewisse Elemente in der Modeindustrie an diesen Sachen hängen. Riesenkonzerne, das ist ja das größte Geschäft der Welt, oder? Genau. Also momentan, gut, die größte Industrie der Welt, basierend auf Beschäftigungszahlen, sonst wäre es die drittgrößte. Also es ist auf jeden Fall eine der großen Industrien, die natürlich jetzt Antworten geben muss. Und ich glaube, die haben die wenigsten, und ganz vorne voran die großen Luxusunternehmen, haben keine Antwort. Lass uns noch ein bisschen über Geschmack und Stil und Design sprechen. Du hast mir ein paar Filme zukommen lassen. Da sieht man ein bisschen, das sind das natürlich nur Auszüge, ich meine, von so vielen Brands und von so vielen Designern auf der ganzen Welt, 180 Länder, wie gesagt, da jetzt einen rauszufischen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber wir schauen uns ein paar, wie ich finde, sehr gewagte Modeentwicklungen oder Entwürfe an. Gibt es da keine Grenze? Jeder kann machen, wie er will, weil der Markt oder das Interesse, das am Markt mit einem Produkt oder einer Idee generiert wird, das regelt sich von selbst? Ich glaube, das muss man sich einfach vorstellen, wie jetzt auch in der Autoindustrie diese Concept Cars. Also man muss einfach den Designern die Möglichkeit geben, zu träumen. Und auf das zielen wir ab. Das heißt, wir müssen einfach dem Designer die Möglichkeit und die Plattform geben, sich auszudrücken. Es sagt aber niemand, dass jemand sich so kleiden muss. Also darum geht es gar nicht. Nein, also man hat immer diesen Trickle-Down-Effekt, dass man einfach, man braucht diese Extremen und dann holt man sich aus denen das, was dann effektiv auch tragbar ist. Und das beeinflusst dann am Anfang sicher die Modehauptstädte. Und dann kommt es in die, sag ich mal so, in die größeren Massenkollektionen. Und dann sieht man es eigentlich überall, vom Sportswear bis hin zu Abendbekleidung. Der Hotelierssohn aus Meran, der die Modewelt revolutioniert und verändert. Und irgendwo auch einer der großen Internet-Startup-Unternehmer unserer Zeit ist. Das klingt fast wie ein Märchen. Oder wie bewertest du das selber? Ich meine, den Weg, den du da gegangen bist, das ist schon beachtlich. Oder fühlt sich das alles an wie ein Spiel? Oder, ich meine, es ist nicht einfach, ein Unternehmen zu gründen. Auf der Ebene, international, du musst wahrscheinlich sehr gut vernetzt sein, sehr aufmerksam sein, Trends erkennen. Ja, ich glaube... Zweifelt man da nie? Ja, jeden Tag oder jede Minute. Das ist aber eben genau der Teil, den, glaube ich, viele Leute nicht kennen. Das heißt, Leute, die mich kennen oder die mich nicht so gut kennen, ich glaube, die glauben halt, dass es ein Lifestyle ist, der dem Jet Set ähnelt. Und das ist genau das Gegenteil. Also es ist viel Arbeit und ja, sicher nicht leicht. Also das trägt man da und auf den Schultern mit sich mit. Und Südtirol siehst du ja jetzt von ganz weit weg wahrscheinlich, den größten Teil des Jahres, wenn du unterwegs bist. Aber es gibt eine Verbindung? Ja, auf jeden Fall. Also die Familie ist ja da. Ich habe einen großen Freundeskreis hier, der sich auch jedes Jahr zu meinem Geburtstag in Meran trifft. Das heißt, wir sind auch unter dem Jahr elektronisch in Verbindung. und von dem her, ja, das ist eine Verbindung. Und dann, ich fahre auch super gerne Ski oder mache Skitouren und von dem her ziehe ich mich immer wieder in die Berge. Nicht gemeint, ob es auch hier diese Kreativität gibt, die da irgendwo in diesem ganzen Kosmos, den wir jetzt versucht haben, ein bisschen zu umschreiben, Platz findet. Es gibt ja ein paar junge Designer, es gibt einen, der mit Hüten sehr erfolgreich war, der Leinhard Plank oder Schuhen. Aber es gibt auch viele andere, oder? Ja, ja, also eben, Kreativität kommt aus der ganzen Welt und man darf nicht, ja, speziell wenn man in den großen Städten unterwegs ist, nicht die Welt vernachlässigen. Und das merken wir auf unserer Plattform jeden Tag, weil einfach Talente aus den hintersten Löchern dieser Erde kommen. Südtirol ist kein hinteres Loch, aber wir haben hier eine Schar von Kreativen, die weltweit agieren. Echt? Ich habe vor drei Jahren mit zwei anderen Kreativen, Brigitte Niedermeyer und Yasemin Deporta, haben wir sogar ein kleines Kollektiv gestartet in Südtirol, das heißt Wanderer. Und das sind ungefähr 30 der Top-Künstler und Kreativen auf der ganzen Welt zusammen und treffen sich einmal im Jahr in einem geheimen Ort. Und ja, da kann man sicher von einer Südtiroler Schule sprechen. Und kommt Stefan Siegel denn dann eines Tages wieder zurück nach Südtirol? Also ich... Du bist noch jung, du bist nicht einmal 40. Genau, ich entscheide jeden Tag aufs Neue, ich weiß nicht mal, was ich morgen mache, weil man muss halt immer in Alarmbereitschaft sein, das heißt, das sehen wir dann, ja. Mal schauen. Du, wohin der Weg dich auch immer führen mag, komm bitte heil immer wieder. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, das war sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wenn du jetzt zum Abschluss so ein Bild zeichnen müsstest von Südtirol, wie du es von außen siehst, wie würdest du dieses Bild umschreiben? Auf Englisch sagt man ein Diamond in the Rough, also ein ungeschliefener Diamant und ich glaube, solange er ungeschliefen bleibt, ist es interessant, weil man es schleift, könnte es vielleicht zu perfekt sein. Also ich glaube, ja, das Potenzial ist da und das liegt in den Südtirolern, daraus was zu machen. Nicht zu perfekt ist besser als perfekt. Ja, oder ich glaube einfach, was sicher fehlt, ist eine Vision. Nicht eine Vision für das nächste Jahr, aber für die nächsten 20, 30, 50 Jahre. Ich glaube, wenn man dann eine Idee hat und dann baut man an seiner eigenen Identität, dann ist es besser, als sich von irgendwem anderen beeinflussen zu lassen. Vielleicht ein Gespräch mit den Verantwortlichen, mit dir wäre ja gar nicht schlecht, aber das wollen wir jetzt gar nicht ausdehlen. Stefan, nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren, das war privat. Das nächste Mal bei uns zu Gast die Ärztin Christina Tomasi. Sie ist Ernährungsexpertin, Expertin für Osteoporose und vieles andere mehr. Und mit ihr reden wir über ihr Leben, aber vor allem auch über gesunde Ernährung. Bis dann, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020